It's all about humanity Ich bin, dass ich ein bisschen Profit rausbeziehen kann Und grundsätzlich ist es meistens wirklich der Fall Dass bei Smuggies und bei Titanis zum Beispiel Immer relativ leichtes Profit zu erzielen Weil AGO zum Beispiel für ein Aura-Gewand vollkommen ausreicht Ansonsten Silber-Norcade-Rund mit Premium-Laden Die Dinger sind mittlerweile sehr, sehr teuer Weil Magische einfach unnormal viel kosten bei uns auf dem Server Unter 7 bis 8 von findet man zum Teil wirklich gar keine magischen Steine mehr Ganz selten noch welche Ansonsten, ja, hier haben wir einige magische Steine rausgekriegt Ich glaube 4 Stück waren das jetzt auf die schnelle Bin ich mit an sich zufrieden gewesen Ich wollte glaube ich 3 Stück aus 100 Stück haben Damit wir ungefähr raus sind mit den ganzen Truhen, die wir bezahlt haben 100 Stück für 27 Won, war schon ziemlich teuer Ja, hier seht ihr AGO-Reiten drin Direkt 2 Won Profit fürs Aura-Gewand gemacht Das ist halt immer ziemlich nice Deswegen kann man zum Beispiel auch hier die B-Switcher nehmen Die man auch kriegt ab und zu mal Und ja, die nutze ich dann halt ebenfalls für Titanium Wenn da zum Beispiel AGO und Stärke reinkommt Sind die schon gut was wert Und dann kriegt man schon 6-7 Won dafür Ja, wieder ein paar Truhen am Start Wie immer eigentlich Ähm, wie immer brauchen wir die Waffensteine Für unser Schlangenschwert Äh, ja, es geht einfach komplett in die Hose derzeit Wie ihr schon seht Oder bei dem letzten Video gesehen Es ging viel, viel in die Hose Und ich hoffe, dass das generell jetzt schnell nach oben geht Und das, ja, nicht mehr so viel kostet Denn es wird langsam ziemlich teuer Ja, einige Hühnertruhen haben wir dann auch aufgemacht Damit wir mehr magische Steine kriegen Weil die silberen Okay-Truhen waren auch nur begrenzt da gefühlt Jetzt kosten die Dinger schon über 35 Kaka pro Das wollte ich mir dann doch nicht mehr geben Dann hab ich mich mal wieder an Hydra-Truhen gewagt Hab direkt am Anfang magischen Steine gekriegt Einige Exos sind es dann auch noch geworden Und mit den Truhen war ich auf jeden Fall mehr als zufrieden Ja, dann wieder ein paar Switcher-Line Beziehungsweise ein Switcher auf den Titani Ja, was halt so lala geworden ist Würde ich jetzt einfach mal sagen Eigentlich kompletter Müll Naja, 10 Halbmenschen, ne Wenn das jetzt AGO drauf gewesen wäre, wäre es schön gewesen Dann haben wir einige Abversuche auf Kredinschuhe gehabt Die sind nicht von mir als Hinweis Ich hab nur die Schmiede zur Verfügung gestellt Für 2 Worn pro Und ja, da versuchen wir mal eben geschmeidig die Kredine auf 9 zu ab Leider die ersten 2 Versuche fehlgeschlagen Aber wir haben hier noch ein paar Er hat die Schuhe mal plus 8 Und ich versuche die auf 9 Weil, ja, er hat keine Schmiede gehabt Dann machen wir es halt so Der 4. Versuch hat dann auch fehlgeschlagen Also, ja, derzeit ab ist wohl nicht so mein Fall Habe ich das Gefühl Aber wir fassen uns dennoch weiter Wieder fehlgeschlagen Ein paar kriegen wir in dem Video aber auf 9 Das verspreche ich Oder ich hoffe es Nächste Fail Mein Gott Jetzt aber der nächste Komm, bitte Der 7. ist auch fehlgeschlagen Also, das tut schon ziemlich weh Bei Schmiedehandbüchen, dass das so oft fehlt Steht gefühlt Gar kein Profit mehr da rausgeholt Und wieder Fail Naja, was soll ich machen Tut mir leid, dass ich dir da so reingeschissen habe Wortwörtlich Ja, der nächste Versuch Der hat dann auch wehgeschlagen Jetzt bin ich wirklich sprachlos Und Ich wusste gar nicht, dass es so viele Clips hintereinander waren Also, das waren echt so viele Versuche Mein Gott, ey, das tut mir aber verdammt leid Umso länger ich da zuschaue Naja, dann haben wir einen Helm für einen anderen Kollegen gehabt Der musste auch auf 9 Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Glück gehabt habe Und ihr werdet es jetzt gleich sehen Der zweite Versuch beim Helm Hat dann Gott sei Dank geklappt Also, da haben wir ein bisschen Glück dann doch mal gehabt Dass mal was klappt Und ja, damit ist er dann besser rausgekommen Am Ende aus der Geschichte Und einen Switcher haben wir dann auch noch draufgezogen Dann Titani wieder ein, Switcher dort drauf Wieder nichts Und ja, die Switcher kriege ich meistens immer aus den ganzen anderen Sachen raus Wie die Belohnungstruhen von den Summa-Invasionen Ja, hier seht ihr den kleinen Mento-Clip Fand ich lustig Da haben sich so einige mit alles aufgestellt Und naja, ich bin halt nicht so ein netter Dude Da muss ich halt einfach mal reinkloppen Ein bisschen auf Spaß Und ich habe ja versprochen Wenn jetzt mein Char-Level 30 hieß Werd ich mal ab und zu ein bisschen was machen Und das hat nicht so schön ergeben Und ich konnte einfach nicht widerstehen Es tut mir leid an jenen, der sich versammelt hat Wirklich Aber es war einfach so wunderschön Da konnte ich einfach nicht widerstehen Tut mir leid wirklich an jenen Einzelnen Aber naja, was sei es drum Ein bisschen Spaß muss halt auch mal sein Und ich hoffe Ja, keiner hat sich zu stark bedroht gefühlt oder so Ein Switcher AGO stärker reinkriegt Das meinte ich Fünf Wochen ging das Schild am Ende weg Bin ich zufrieden Dann haben wir magisch Angeswett in einen Helm reingekriegt Für Krieger Super toll Der Boni ist ja mittlerweile gefixt Was verwunderlich ist Aber Ja Super toll In einen Kriegerhelm sowas rein zu kriegen Die Waffe muss ja auch noch hoch auf 13 Ihr habt ja schon gehört Im letzten Video Dass sie auf 14 gegangen ist Das wollte ich euch natürlich Dann jetzt hier in den Videos Dann noch nachholen Das wollte ich Nachholen? Habe ich mich versprochen Ist ja auch wurscht Das Ganze wollte ich auf jeden Fall noch nachholen Und euch zeigen in dem Video Wie das Ding auf 14 ging Das kommt dann gleich Hier haben wir noch 35 W in unser PvP-Armband gedreht Was sehr nice ist mit 350 dp Mehr wollte ich eigentlich schon gar nicht Dann ja das Ding wird am Ende Ja Genutzt Klar Mein Gott Simply Was ist los mit dir? Ja das Titani Was ihr hier gerade seht Das wird am Ende In meinem Aura-Germatt getan Sobald Ja Das Item mal existiert Womit man dann die Items Aus dem Aura-Germatt rauspacken kann Denn Dann habe ich den Max Blockenwert 6,7 Funktioniert anscheinend nicht Also als Hinweis Wenn ihr 6,7 Ein Aura-Germatt mit 1% Auf den ersten zugefügten Boden Das ablocken Das funktioniert nicht Als Hinweis Hier nochmal ein Schwert Fehlgeschlagen Wie gesagt das sind 60 Won pro Try 60 Won pro Try Das müsst ihr euch da mal vorstellen Insgesamt waren wir am Ende Bei 54 Versuchen Auf plus 14 Was sehr sehr schmerzhaft Alleine für plus 14 Alleine haben wir über 3000 Won ausgegeben Nur damit das Ding Eine Stufe nach oben geht Also das war mit Einer der schmerzhaftesten Sachen Die ich bis jetzt in Medien 2 Durchgemacht habe Und für mich auch einer der Ja Wie soll ich das sagen Die mich so ein bisschen Von Mädchen 2 Weggedrängt haben Sag ich jetzt einfach mal Ich habe sehr viel Zeit Mit Rocket League Und so weiter verbracht Also andere Dinge einfach mal Weil das Spiel hat mich einfach Provoziert und fertig gemacht Ich habe auch zu der Zeit Ein bisschen zu viel Geld Die aber fast zurückgezahlt Insgesamt sind es nur 196 Won Schulden Die wir haben Was ich halt auch mal in dem Rande erwähnen wollte Also eine Person ist komplett weg Die erste haben wir schon mal Ein bisschen von gegeben Aber da wir ja als Champions 730 sind Haben wir halt bessere Fahrmöglichkeiten Ja 10 Versuche Jetzt nochmal hier geschmeidig Auf die Waffe knallen Und wie gesagt Dieses Mal jetzt sind das Circa 35 bis 40 Won pro Try Und ja man kann sich das vorstellen Wie schmerzhaft das ist am Ende Wenn das alles da hintereinander Fehl schlägt Obwohl man kann sich das glaube ich Fast gar nicht vorstellen Wenn man so eine Scheiße nicht durchmacht Und sein IQ gefühlt 50 Won wert ist Also ich Manchmal denke ich mir Warum bin ich eigentlich Nicht im Low Level geblieben Um einfach sowas Ja Es tut halt einfach verdammt weh Wenn man das einfach davonfliegen sieht Wenn man kein Won vor allem mehr hat An dem Punkt ist Wo man einfach selber fahren muss Wortwörtlich Das kenne ich eigentlich gar nicht Weil ich ja meistens immer So viel Won besessen habe Dass ich nicht mehr wusste wohin Deswegen habe ich ja so viel Alchi gehabt Hab das gemacht Hab das gemacht Was ich halt euch an Content Gegeben habe Was ich jetzt nicht mehr machen kann Weil ich halt zu viel in die Waffe gesteckt habe Aber ich wollte das Ding einfach auf 15 haben Was man aber auch nachvollziehen kann Denke ich mal Man möchte schon etwas erreichen Man möchte selber was machen Und Wie will man es sonst machen Wenn man es nicht einfach probiert Und naja kann ja keiner wissen Es hätte ja auch nach dem zweiten Try auf 15 gehen können Was jetzt nicht der Fall ist Wie ihr hier seht Es schlägt Fail Es schlägt wieder Fail Jetzt hier wieder vier Versuche draufgeknallt Und hier sind wieder beim letzten davon Und naja was erwartet Es schlägt natürlich auch wieder Fail Die Chance muss gefühlt bei 5% liegen Oder sowas Wenn nicht drunter Ein bisschen gegen die Wand gelaufen Bringt das ja Glück Oder sonstiges Aber Naja man versucht trotzdem das Ganze Aber Wie ihr seht Es tut einfach nur noch weh Und ja Als Entschuldigung könnt ihr vielleicht Über meinen Link in der Beschreibung Euch registrieren Oder sonstiges Dann unterstützt ihr mich ein bisschen Bei den Uptries Dann kann ich mir Ritus dafür kaufen Oder sowas Was weiß ich Ach Gott Das tut so weh Das sind wieder hier Im Übrigen Ja 2400 DR Die hier verpulvert werden Für die Ritualsteine Wieder drei Stück am Start gewesen Aber das Ganze wollte Einfach Nicht hoch Wieder drei Stück Wieder 2400 DR Nur an Ritualstein Damit ihr das Ganze auch nachvollziehen könnt Was das Ganze eigentlich hier kostet Wollte ich euch das einfach zeigen Also viele sagen auch Ja zeig doch nicht immer die Uptries Die Fehlschlangen auf Die Dauer ist das ziemlich langweilig Doch Ich zeige sie Gerade weil sie so schmerzhaft sind Will ich Dass sie das mit erträgt Wie leid ich hier ertragen muss Nur für so eine blöde Waffe zu haben Denn ich bin pleite Meine Shops sehen aus wie Ja Ich möchte nicht drüber hin Also wenn ihr irgendwie IQ Pakete mir verkaufen wollt derzeit Tut es bitte nicht Ich bin nur traurig Weil ich sie nicht kaufen kann Und ich kriege sehr viele Pants Bezüglich IQ Pakete Deswegen derzeit Wenn ihr IQ Pakete habt Bitte pannt mich nicht Ich sag Bescheid wieder Wenn das wieder machbar ist Aber derzeit wirklich gar nicht Meine Waffe Die frisst einfach alles Was ich besitze derzeit Ja Das war dann erstmal der Ja Letzte Try in dem Video Gott sei Dank Und hier holen wir noch ein paar Söldner Quests ab Denn Champions Level 30 Wir haben mehr Ausdauer Wir kriegen jetzt immer 2300 Ausdauer Pro Tag Was sehr geil ist Beziehungsweise 24 Stunden Wenn ich die Quest abhole Und ja Zwei Stück noch Dann ist das Video vorbei Und ich hoffe das Ganze hat euch gefallen Lasst dann natürlich ein Like da Registriert euch über meinen Link Falls ihr noch anfangen wollt Im Übrigen Teutonia ist jetzt offen Und ansonsten Schaut noch meinen Partner Holy vorbei Darüber würde ich mich freuen Also haut da rein Wir sehen uns wie immer Im nächsten Video Wir sehen uns Euer Simply Tschau Freude